Herzlich willkommen im Berufswahlradar von justi.ch. Wenn Sie schon ein Profil auf justi.ch als Lehrperson eingerichtet haben, können Sie sich mit dem Login auf berufswahlradar.justi.ch anmelden. Nach dem Login sehen Sie ein vertikales Menü mit verschiedenen Bereichen. Im Bereich Berufswahlfahrplan haben wir für Sie eine Übersicht über die verschiedenen Phasen vom Berufswahlprozess sowie hilfreiche Zusatzdokumente für die jeweils aktuelle Phasen zusammengestellt. Dort finden Sie auch die meistgenutzten Dokumente und können unsere kostenlose und interaktive Broschüren für Lehrpersonen herunterladen. In der Klassenübersicht finden Sie alle von Ihnen erstellten Klassen und können auch weitere Klassen hinzufügen. In der Klasse können Sie alle Schülerinnen und Schüler hinzufügen. Hierzu laden Sie die Jugendlichen einfach mit Namen und E-Mail ein. Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler hinzugefügt sind, können Sie das Profil anschauen und ausserdem Dokumente von den Bewerbungsentwürfen und allen bereits abgeschickten Bewerbungen abrufen. Sie haben ausserdem die Möglichkeit, die ganze Klasse oder einfach einzelne Schüler und Schülerinnen zum Pröfsfinder und Pröfscheck einladen. Anhand von den Icons sehen Sie, ob der Pröfsfinder oder der Pröfscheck bereits absolviert worden ist, ob die Schülerin oder der Schüler schon eine erste Bewerbung abgeschickt hat oder sogar schon eine Zusage bekommen hat. Der Pröfsfallradar bietet einige Vorteile. Hilfreiche Artikel und Dokumente zu den einzelnen Pröfsfallphasen. Alle Bewerbungen von Ihren Schülerinnen und Schülern auf einen Blick. Alle Bewerbungsdokumente von Ihren Schülerinnen und Schülern sind auf Justi gespeichert und immer zugänglich. Bewerbungsentwürfe von den Schülern und Schülerinnen ganz einfach anschauen und direkt Rückmeldung geben. Wir freuen uns, wenn Sie vom Pröfsfallradar bestmöglich profitieren können. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne auf info.atjusti.ch schreiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.